Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch und bereits zur dritten Folge vom Mubi-Special. Ich habe mir heute zwei ganz besondere Mitsprecher hier reingezogen und zwar einmal den Dom. Prost Mahlzeit! Und natürlich noch den Marco. Hallo! Genau und wir drei besprechen heute drei Filme und alles über diese Mubi-Streaming-Dienst und der Marco möchte uns diesen Film Oslo 31. August vorstellen. Ich habe mir Upstream-Color rausgesucht und der Dom möchte das große Fressen uns präsentieren. Ja, deswegen auch meine Begrüßung. Ganz subtil, genau wie dieser Film. So ist das. Genau, also ich brauche auch nicht mehr groß drum reden. Wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert bei Mubi mittlerweile. Oder möchtest du uns das nochmal erklären, Dom, wie das bei Mubi funktioniert? Eigentlich jetzt nicht großartig. Ich muss allerdings sagen, dass ich von Mubi bislang nicht allzu begeistert bin. was so die Streaming-Qualität angeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nein, da stimme ich dir ganz zu. Wie sieht es bei dir aus, Marco? Ich habe auch ab und an ein bisschen Einbrüchen zu tun gehabt. Ja. Ist einfach irgendwie inkonsistent, ne? Bei mir war alles das Problem, dass der Ton zum Bild nicht gestimmt hat. Also die Synchronität war nicht ganz da. Und dann ist es auch noch alles im O-Ton mit Untertiteln, ne? In 90 von 100 Fällen. Das ist wahr. Das war bei meinem Film schon sehr anstrengend, sagen wir es mal so. Ja. Aber gut. Nun gut, dann fangen wir mal an. Lieber Marco, wie gesagt, du hattest den Film Oslo 31. August. Genau. Dir rausgesucht. Möchtest du uns erklären, worum es geht und was es ist für einen Film? Beziehungsweise wer die Regie geführt hat und alles. Ja, Oslo 31. August ist ein Film von Joachim Trier aus Norwegen. Es geht im Prinzip in dem Film, der anders, ist 34 Jahre alt und hat die letzten zehn Monate in einer Entzugsklinik gelebt und gilt jetzt als clean. Er war vorher sehr stark drogenabhängig, Ecstasy, Kokain, Heroin. Kommt grundsätzlich aus einer, ich sag mal jetzt, aus dem Mittelstand in Norwegen, was dann relativ untypisch ist, dass er doch sehr krass gefallen ist. und versucht jetzt wieder so zwei Wochen, bevor sein Reha-Programm abgeschlossen ist, wieder in das Leben zu finden. Er hat ein Vorstellungsgespräch bei einer Redaktion in Oslo und fährt halt am 30. August nach Oslo. Und dort begleiten wir ihn im Prinzip diesen ganzen Tag bis hinein in den 31. August. Darf ich kurz was zwischenfragen? Der 31. August, ist das ein bestimmter Stichtag? Weil der Film Oslo 31. August. Ist das der Tag, wo er entlassen wird aus dem ganzen Programm? Oder warum heißt der 31. August? Das wird so nicht ganz jein. Also eigentlich hat er noch zwei Wochen Programm. Er soll aber am 31. August eigentlich seine Stelle antreten. Hm, okay. Ist ja ein Tag der Film anscheinend. Also die Handlung erstreckt sich über einen Tag. Genau, und so viel kann man verraten. Er nimmt diese Stelle nicht an, beziehungsweise überwirft sich auch so ein bisschen mit dem Redaktionsleiter dort und trifft viele Personen aus seiner Vergangenheit. Und es ist halt so ein wirklich krasser Kampf, den man ihn so dort sieht. Auch gleich die erste Szene ist im Prinzip, ist nicht nur so, dass er mit seiner Drogensucht zu kämpfen hat. Er ist auch in krasse Depressionen verfallen und versucht sich, also es ist wirklich gleich innerhalb der ersten zwei Minuten, im Prinzip sich selber umzubringen, also Suizid zu begehen. Ja, mit diesen Informationen gehen wir sozusagen mit ihm jetzt in den nächsten Tag. Ja, und ist schon manchmal sehr hart anzusehen. Auch tatsächlich, wie seine Freunde ihn doch jetzt damit nochmal konfrontieren und sowas. Also, ist schon sehr beeindruckend. Wie bist du jetzt genau auf den gekommen? Kanntest du den schon vorher, oder? Also, Joachim Trier war mir ein Begriff. Der hat unter anderem den Film Selma gemacht. Mhm. Und sein Erstlingswerk, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Der heißt Auf Anfang. Dafür wurde er auch gut ausgezeichnet, auch für diesen Film. Also, er hat so ein Gespür für Dramen tatsächlich. Also, auch für Bilder ist er sehr on point, würde ich mal sagen. Und es erzählt halt Geschichten aus dem Leben. So, was mich da wieder ganz gut bei Laune hält. Und ich mag tatsächlich Dramen, die mit dieser Thematik Drogen zu tun haben. Das ist natürlich keine leichte Thematik. Und natürlich ist auch ein gewisses Feingefühl angebracht. Ich muss gerade mal überlegen. Der Hauptdarsteller kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Oh, da muss ich jetzt auch mal gucken. Ist das der aus dem ... Ich schaue jetzt gerade mal nach in der IMDb. Ich bin jetzt gerade mal so dreist. Genau, weil wir hatten im Vorgespräch noch über den gesprochen. Und der heißt hier interessanterweise auch anders. Er heißt nämlich in einem anderen Film genauso. Nämlich 22. Juli, dieser Netflix-Film. Ach, da haben wir schon. Wo er anders Bering Breivik spielt. Genau. Okay. Genau, die heißt er auch anders. Und im Real Life sozusagen heißt er auch anders. Also, er heißt anders. Ja, alles ist anders bei ihm. Anders als anders, okay. Okay, erzähl mal ein bisschen was über die Bildsprache. Erzählt er viel über die Bildsprache? Oder wird das alles eher durch Dialoge oder auch Monologe geführt, der Film? Der Film hat sehr starke Dialoge, finde ich. Ja. Aber auch sehr viele ruhige Momente, indem er, sag ich mal, die Musik kommen lässt. Und die finde ich auch sehr passend. Im Prinzip passt er seinen Score so den Tag an. Morgens ist so, er fährt in Oslo rein. Also, diese Entzugsanstalt ist im Prinzip außerhalb von Oslo. Er fährt mit einem Taxi nach Oslo und ist so ein bisschen poppige Musik und so ein bisschen auf Neuanfang tatsächlich getrimmt. Und das wird dann zum Abend hin dann tatsächlich eher nochmal so zu harten Elektrobeats. Und teilweise auch, wenn die Stimmung drastisch kippt, auch so ein bisschen Punk und Metalrock und so weiter. Das hat da schon ein richtig gutes Gespür für gehabt. Die Farben waren eher ein bisschen entsättigt, was ich aber grundsätzlich, glaube ich, ganz gut finde. Gerade bei dem skandinavischen. Ich glaube, das haben die alle so ein bisschen. Außer vielleicht Reffen. Ich denke, aber auch beim Drama, wenn man da so einen quietschbunden Film macht, kommt das auch irgendwie nicht immer richtig rüber. Genau. Naja, der ist ja schon relativ, von der Farbpalette ist der ja relativ untersaturiert, wie es ja immer so gerne heißt. Okay. Basiert auch auf einem Roman anscheinend, ne? Von Pierre-Drieu-La Rochelle, ne? Von einem Franzosen, interessanterweise. Ja. Ich habe mir bloß mal die Inhaltsangabe des Romans durchgelesen. Da geht es im Prinzip auch um einen Drogen- oder ehemaligen Drogensüchtigen, der auch wieder versucht, den Weg ins normale Leben zu finden und dann halt mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen hat. Genauso wie hier unser Protagonist Anders im Prinzip genauso mit seinen Dämonen zu kämpfen hat. Eine Verfilmung gab es auch schon mal. Der Irrläufer. Okay. Irgendwas in den 60ern. Ja. Genau. 63 habe ich gerade gesehen, ja. Ja gut, der Autor ist ja irgendwie, sehe ich jetzt auch schon. Das Irrlicht. Das Irrlicht, genau. Das Irrlicht. Der Roman müsste dann ja, oh, der Roman ist dann ja schon relativ alt, ne? Genau, 1931, ja. Hast du denn den Eindruck, dass das schon irgendwie zeitlos dargestellt wird? Also inwiefern hast du das Gefühl, dass vielleicht auch die Vorlage so an die Moderne angepasst wird? Weil da liegen immerhin halt 80 Jahre zwischen, ne? Hm. Krass, 80 Jahre, ey. Ich glaube, solche Geschichten wie Anders, die gibt's heute immer wieder, wenn Personen wirklich mit ihrer Drogensucht oder mit ihrer Vergangenheit dann zu kämpfen haben. Sodass ich glaube, selbst diesen, dass du diesen Roman wahrscheinlich sogar nochmal in 50 Jahren neu verfilmen kannst. Ich finde es halt, das spiegelt tatsächlich nochmal so eine Generation jetzt wieder, finde ich persönlich. Also ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis auch durchaus ein paar Personen, die auch mit ihren Dämonen zu kämpfen gehabt haben und so. Und ich glaube, das kann das durchaus ganz gut widerspiegeln, dieser Film. Also nicht jetzt vom Zeitgeistigen her, sondern eher so vom, sag ich mal, kulturellen Aspekt. Wie ist das so vom Französischen vielleicht auch so an die skandinavischen Gegebenheiten angepasst? Also du hättest Oslo bis auf die Einleitung, also die Einleitung war klar mit Oslo verbunden. Das hat mich auch tatsächlich so ein bisschen gestört, also ein bisschen rausgerissen, diese Einleitung. Die war ein bisschen anstrengend, weil das so ein, es fing an mit einem Abriss eines bestimmten Gebäudes in Oslo. Das war, wurde irgendwie als Einleitung genommen, hat aber nicht wirklich eine Relevanz gehabt für den Film. Und grundsätzlich hättest du den Rest des Films auch in Paris spielen lassen können. Also, ja, also die Stadt ist dann egal. Du hättest es halt auch Paris 31. August nennen können, sozusagen. Und die Person halt dann entsprechend ersetzen können. Also das wäre nicht das Problem gewesen. Aber das betont natürlich dann auch noch mal so ein bisschen, sag ich mal, die Zeitlosigkeit des Ganzen. Klingt tatsächlich sehr, sehr interessant und interessiert mich ehrlich gesagt jetzt auch spätestens durch den Hauptdarsteller. Weil ich den in diesem leider ziemlich schrecklichen Netflix-Film noch mit am besten fand. Nee, der hat auch durchaus abgeliefert, finde ich. Da kann man auch gerne, bei dem Stichwort kann man gerne in die Besprechung reinhören mit unserem Chef Andi und dem Kollegen Patrick Schiller an dieser Stelle. Schöne Grüße, die wir vor etwa 16 Monaten gemacht haben. Da haben wir sowohl den Film aus Norwegen besprochen über eben Utoya, 22. Juli, als auch diesen Netflix-Film. Und ich muss sagen, das Ding aus Norwegen fand ich besser, aber trotzdem auch kontrovers. War aber eine sehr, sehr interessante Besprechung. Hm. Bloß vielleicht noch ein kleiner Funfact. Joachim Trier. Ich sag mal, es hat ja durchaus Anleihen an Lars von Trier. Mir auch schon durch den Kopf. Wollte ich gerade sagen, daran habe ich ja auch denken müssen. Und ich habe mal geguckt, ob sie irgendwie was miteinander zu tun haben. Und tatsächlich sollen sie höchstwahrscheinlich nicht biologisch, aber kulturell miteinander verwandt sein. So hat Joachim Trier es gesagt. Und zwar wurde ihm immer gesagt, seine Urgroßmutter, die hat diese gerade Linie dann zu Lars von Trier. Wobei er sagt, ihm wurde am Totenbett mitgeteilt, dass sein Vater nicht sein biologischer Vater ist. Keine Ahnung. Deswegen sagt er, sie sollen kulturell oder sozusagen angeheiratet verwandt sein. Okay. Hast du denn den Eindruck, dass er vielleicht so ein bisschen, wie nenne ich es jetzt, Lars von Trier-Rhythms irgendwie abgekriegt haben könnte? So rein inszenatorisch vielleicht auch? Von der Inszen ... ja, schon. Oder vielleicht auch von der Themensetzung her, ne? Also das könnte durchaus auch ein Stoff für Lars von Trier sein. Auf jeden Fall. Der wird das Ganze dann noch ein bisschen radikaler umsetzen, weil er eben halt noch so die Dogma-95-Schiene fährt, ne? Oder ordnet sich der Joachim Trier auch ein bei Dogma-95? Weil es würde schon passen, ne? Weil wenn man sich jetzt so die Bilder anguckt, eine Regel von Dogma-95 ist ja, dass man nur mit natürlichem Licht dreht, ne? Das sieht man zum Beispiel auch bei sowas wie die Jagd von Thomas Winterberg und so weiter. Und da könnte der auch in die Kerbe schlagen, der Film. Könnte durchaus möglich sein. Also es würde wahrscheinlich auch dieses Kühle oftmals irgendwie ... ja. Nur noch Joachim Trier selber kommt auch aus einer Film-Macher-Familie. Also da seine Familie sozusagen, sowohl sein Großvater als auch sein Vater und seine Mutter haben schon im Filmbereich gearbeitet. Sodass ihm da auch ohne Lars von Trier auf jeden Fall sehr viel in die Wiege gelegt wurde. Und ich finde, den Mann sollte man durchaus auf dem Schirm behalten. Der hat jetzt mit Selma zum Beispiel halt einen wirklich guten, ja auch so ein Science-Fiction-Drama gemacht. Und sein Erstlingswerk, dieser Auf-Anfang, der soll auch unglaublich stark sein. Habe ich leider noch nicht gesehen, aber ... Ja, Selma, sag mir nur was vom Hörensagen. Ich habe den auch noch nicht gesehen, Selma. Muss ich jetzt mal gucken. Der von 2017? Genau. Ist das sein ... ach, okay. Ah, ist auch ein skandinavisches Ding. Das ist jetzt kein Sprung in die USA. Ja, doch. Ja, ach, ja, doch, da habe ich mal einen Trailer von gesehen. Und das in einem Grund deshalb, dass ich jetzt USA, weil irgendwie sieht die aus dem Cover, muss ich irgendwie an Enya Taylor-Joy denken, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, hatte ich mir vorgemerkt. Da hat er auch das Drehbuch zugeschrieben, ne? Genau. Genau. Das Drehbuch hat ... Er arbeitet immer mit noch seinem Kumpel sozusagen zusammen. Den hat er irgendwann mal bei einer Fernsehshow kennengelernt. Und die sind beide durch die gleiche Sippe da gegangen und haben versucht, sich hochzuarbeiten. Und das ist der Eskil Vogt. Mit dem hat er alle seine Drehbücher zusammengeschrieben. Ja, ich sehe schon auch ... Obwohl, hier steht noch irgendwas mit auf Anfang reprise? Ja, genau, das ist sein erster Film, den ich ... Genau, auf Anfang reprise. Ach so, okay. Dann dachte ich, jetzt wäre es vielleicht mit einer Neuauflage so ... Weiß ich nicht, so Apocalypse Now Redux-mäßig. Und da hat er anders auch die Hauptrolle gespielt. Ah, okay. Ja, Gott, den ... Also, ich muss sagen, der hatte mich schon begeistert in dem Netflix-Film. Also, der hat wirklich ... Lag dann eher in dem verkorksten Drehbuch, dass das nicht alles so funktioniert hat. Aber ich sehe gerade, Joachim Trier hat doch schon was Internationales gemacht, ne? Louder Than Bombs hat der auch gemacht. Unter anderem mit Jesse Eisenberg, Isabel Upea, Gabriel Byrne. Also, der macht seinen Weg, der Mann. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich wollte noch einschmeißen. Und zwar würdest du den empfehlen, beziehungsweise wem würdest du diesen Film empfehlen? Ich würde, ja, dem Film Leute empfehlen, die kein Problem mit harten Dramen haben und vielleicht nicht unbedingt selber mit inneren Dämonen zu kämpfen haben. Ah, okay. Gut. Also, ich glaube, depressive Leute kann der durchaus ... Triggern. Ja, Triggern nicht gut tun. Okay. So, wobei er nicht nur halt wirklich Downer-Sachen hat, ne? Er hat auch wirklich sehr lebensbejahende Momente drin. Und da begleiten wir ihn halt auch. Man ist immer so zwischen ... Wie so eine Achterbahn ist dieser Film halt auch. So, manchmal gibt's so Momente, wo man denkt, so, ja, jetzt geht's halt wieder bergauf. Und im nächsten Moment kommt wieder diese Steile runter, so. Hat jetzt aber eher was von Borderline. Aber, nee, vielen, vielen Dank. Den merke ich mir sehr, sehr gerne vor. Ja, ich hab mir auch schon notiert, ja. Der klingt wirklich interessant. Auf jeden Fall. Ich mag einfach dieses kühle skandinavische Kino. Also, ich hatte ja gerade eben schon die Jagd erwähnt von Thomas Winterberg oder auch das Fest. Ja. Und Lars von Trier muss man, glaube ich, nicht mehr großartig was zu sagen. Wobei Lars von Trier natürlich noch mal eine Nummer für sich ist. Auf jeden Fall. Das ist wahr. Aber sehr, sehr schön. Ja, find ich auch. Klasse, super. Vielen Dank. Schöner Geheimtipp, hab ich das Gefühl. Für sowas ist dieses Format hier prädestiniert. Ja. Auf jeden Fall. Super, Dankeschön. Gerne. Soll ich dann weitermachen mit meinem Film? Ja, klar. Genau, dann machen wir das grad so. Schieß los. Und zwar hab ich mir den Film Upstream Color angeguckt. Und er steht bei Mubi als Sci-Fi-Film drin. Ist aus dem Jahr 2013. Ich persönlich würde ihn allerdings eher in die Kategorie Drama, beziehungsweise Sci-Fi-Drama einstufen. Ja, ist immer ganz komisch in der IMDb. Also da war, ich kann mich erinnern, hier lief letztens Uncut Gems hier mit Adam Sandler. Ja. Der wurde klassifiziert unter Mystery. Ja. Und da dachte ich mir jetzt wirklich so, was denn? Dass der Diamant irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat? Oder das ist bescheuert. Das ist nämlich auch der Punkt bei dem Film. Ja. Sci-Fi, finde ich so, müsste man eher in Gänsefüße machen. Weil man sieht während dem Film nicht wirklich irgendwelche technische Innovationen oder irgendwelche, weiß ich, Flatscreens, wo gar kein Flatscreen ist, weißt du, sondern nur so Projektionen oder sowas. Man fühlt sich an, als wäre es so jetzt Zeit. Aber es steht trotzdem mal Sci-Fi drin. Was ich nicht so ganz, auch vom Autos her und so, wo da rumfahren, die wirken nicht wie aus der Zukunft, sondern die wirken wie aus der Jetzt-Zeit. Deswegen ist dieses Sci-Fi in Klammern. Dann stürzen wir uns doch mal rein. Worum geht's denn? Soll ich direkt die Handlung sagen oder wollt ihr erst mal wissen, von wem der ist, der Film? Erst mal die Handlung. Okay, also ganz groben. Der Film handelt um eine junge Frau. Die heißt Chris. Und die wird eines Abends in einem Club entführt. Beziehungsweise unter Drogen gesetzt und dann entführt. Sie bekommt ein Parasit eingesetzt, der die Macht hat, beziehungsweise derjenige, der ihr den Parasiten eingesetzt hat, kann über sie verfügen, wie sie will, ohne dass sie da irgendwelche Erinnerungen hat oder irgendwelche Kenntnis davon hat. Dieser Mann, der sie entführt, der blündert ihr Kondo und verkauft das Haus, alles in ihrem Namen. Also sie lässt, nee, er lässt sie, das ist ganz kompliziert, er lässt sie das alles abwickeln, aber er kontrolliert sie durch diesen Parasiten. Verständlich? Habe ich das jetzt richtig verständlich ausgedrückt? Also sie hat einen Parasiten und er hat halt die Macht über sie und dadurch verkauft er alles und macht Kredite und so alles auf ihren Namen. Irgendwann ist sie halt total ausgeschöpft und hat dann nichts mehr und er verlässt sie und sie bleibt zurück und sieht irgendwann unter der Haut die Parasiten sich bewegen. Okay. Genau. Ja gut, das hat dann spätestens so einen kleinen Alien-Walb. Ja, vielleicht ist auch das der Sci-Fi-Punkt, wo die damit sehen. Jedenfalls ist dann, irgendwann hört sie Geräusche, die sie wohinlotsen, sage ich mal. Ich will ja nicht spoilern in dem Sinne. Und an diesem Ort kriegt sie dann diesen Parasit rausoperiert, hat aber irgendwie noch eine Verbindung zu diesem Parasiten, weil dieser Parasit wird in einem Schwein, ja ich sag doch jetzt ganz kurz, du bist das ganze Ding. Okay. Und dieser Parasit wird in einem Schwein transferiert und sie hat trotzdem weiterhin Kontakt mit diesen Parasiten, weil das Schwein zum Beispiel wird irgendwann schwanger und sie fühlt sich auch schwanger. Aber sie hat davon keine Erinnerung mehr, das muss man auch dazu sagen. Nach der Operation erwacht sie auf einer Straße in ihrem Auto und hat null Erinnerung, was vor diesem Clubbesuch passiert ist, äh, nach diesem Clubbesuch passiert ist. Puh, okay, das klingt... Erst nach und nach bekommt sie dann so, genau, und zwar kommt sie dann, nachdem sie erwacht in ihrem Auto, fährt sie nach Hause und findet auf dem Boden, vor ihrem Bett und vorm Kühlschrank und so, überall alles Blut verschwindet, weil sie natürlich versucht hat, in ihrem Wahn diesen Parasiten rauszuschneiden, nimmt das Telefon und möchte die Polizei rufen, legt aber keine zwei Sekunden später wieder auf, weil sie denkt, Moment mal, was soll ich der Polizei eigentlich sagen? Weil ich sehe genau das, was die Polizei auch sehen würde, kann es aber nicht erklären, wie das alles hier passiert ist. So, und wie gesagt, Kondo ist leer, sie hat das Haus nicht mehr und ein Jahr später, indem sie sich so ein bisschen wieder was aufgebaut hat, als Nebenjoblerin und sowas, trifft sie halt einen, der die ähnliche Prozedur durchgemacht hat. Er hat keine Erinnerung mehr an früher und hat so im Prinzip das gleiche Schicksal durchgemacht wie sie und die zwei kommen dann zusammen und verlieben sich ineinander. Okay, und das sagt uns das Kinoplakat dann zumindest, was er... Genau, das ist nämlich das... Du müsstest das nur in einen anderen Kontext setzen und es könnte auch immer wieder rumkommen sein, vom Kinoplakat her. Richtig, genau. Das Plakat ist nämlich er und sie, nachdem sie eine Panikattacke hat, weil sie durch diese Parasiten eine Verbindung haben und dadurch, dass die zwei sich kennengelernt haben, haben sie auch eine Verbindung, weil sie beide ja von diesem Parasiten befallen waren, baut sich da eine... Also wenn sie Schmerzen hat, spürt er es auch. Ah, okay, also... Und so Sachen. Und sie kriegt irgendwann eine Panikattacke und er flüchtet dann mit ihr ins Bad und legt sich in die Badewanne und nimmt sie halt so in den Arm. Daher dieses Plakat. Okay, ja, dann muss ich es korrigieren, dann wäre es eher so... Es gab doch mal diesen Film mit Anne Hathaway und Jake Gyllenhaal, Love and Other Drugs. Da erinnert mich das gerade eben so ein bisschen dran. Es klingt ziemlich bizarr, ehrlich gesagt. Es ist auch sehr bizarr, vor allem, weil der Film nicht sehr viel tonal macht, die Dialoge, wo die zwei Films sind, sehr kurz gehalten und immer sehr akribisch. Also sie reden nicht nächtelang, sondern er erzählt kurz was, sie nickt oder sie sagt was, er stimmt ihr zu. Aber so eine richtige Kommunikation baut sich da irgendwie... Sie mögen sich einfach vom Sehen her und von ihren Art her. Oder wie sagt man sie? Sie haben eine, wie sagt man da, eine Anziehungskraft miteinander. Aber durch diese gleiche... Also würdest du sagen, dass die eher zusammenfinden, weil sie beide mit diesen Parasiten infiziert wurden und nicht unbedingt, weil sie einander anziehend finden? Meinst du das? Nein, nein, der Film zeigt schon, dass sie sich nicht durch den Parasiten kennenlernen, sondern schon durch ein... Jeden Tag fahren sie gemeinsam in der Straßenbahn zur Arbeit und sehen sie sich halt jeden Tag. Und dann nähern sie sich immer mehr an und er setzt sich irgendwann neben sie. Aber die Gespräche, wo sie führen, sind halt immer sehr kurz gehalten. Okay, das... Wie bist du denn auf den gekommen? Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Pass auf, und zwar habe ich das Poster gesehen, dachte, joa, ist ja könnte ein Drama, weil ja Drama, Quatsch, Sci-Fi da schon. Vielleicht ist das irgendwie so eine Liebesgeschichte in der Zukunft, dachte ich erst, weil da halt stand Sci-Fi. Dann habe ich mir den kurzen Text durchgelesen bei MUBI und da stand halt, nach einem High-Concept-Low-Budget-Kultklassiker-Primer nimmt Shane Carruth für seinen Nachfolgefilm Upstream Color einmal mehr die Rollen des Drehbuchautors, Regisseur und Schauspieler, sowie die Komponisten und Kameramann und den Schnitt auf sich. Ein herausragender romantischer Sci-Fi-Film. Da dachte ich, okay, gucke ich mir mal an, was der Mann, wenn er so viele Rollen hat in einem Film, was der da so leistet. Und deswegen habe ich mir den angeguckt. Okay, Shane Carruth, diesen Primer kenne ich nur so vom Hörensagen. Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass der irgendwie zu so einem Kultobjekt geworden ist mit den Jahren, ne? Ja, ja, habe ich auch gelesen, dass der so einen Kultstaus ist mittlerweile bekommen hat. Ich selber habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Marco, kennst du den? Nee, ich habe auch nur den Hype so ein bisschen um diesen Film mitgekriegt, dass er, er ist ja ein Zeitreise-Film und soll da relativ hohe Maßstäbe setzen irgendwie am Drehbuch. Ich habe nur gesehen, der kommt tatsächlich, glaube ich, Ende des Monats jetzt auch bei Mubi. Echt? Oh, ja, gut. Da muss ich den gucken. Dem hält man sich, glaube ich, schon mal vor. Also das ist ja, wobei es sehr bizarr ist, dass der, ich sehe gerade irgendwie, das war anscheinend, dass der erst nur in Spanien veröffentlicht wurde, sehr, sehr merkwürdig, ist auf jeden Fall die dritte Arbeit von Shane Carruth. Eigentlich die zweite, weil er hat jetzt irgendwie bei einer TV-Serie jetzt wohl irgendwas gemacht, 2017. Genau, Upstream Color war sein Zweitlingswerk, also sein zweiter Film. Der erste war Primer und das dritte war diese Serie. Aber ganz schön weit auseinander, ne? Ja. Ich meine, da liegen ja zwischen beiden Projekten, liegen ja fast zehn Jahre. Ja. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich schon, ja. Was er zwischenzeitlich gemacht hat, keine Ahnung. Wo wir jetzt aber, glaube ich, ganz gut den Bogen zuschlagen können, ist ähnlich wie bei Oslo 31. August, kenne ich hier zumindest die Hauptdarstellerin. Die Hauptdarsteller? Diese Amy Simons, die war ja letztes Jahr zu sehen in dem, ja, eher Mägen-Remake von Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Achso. Und ich hab die auch noch, wo hab ich die denn noch gesehen? In einem anderen Film, der, ach genau, der kam mit ziemlicher Verspätung. Das ist so ein, den hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen, den hab ich hier mit dem Kollegen Max Gnade letztes Jahr besprochen. My Days of Mercy, das war so ein Gerechtigkeitslisten-Drama mit Alan Page und Cat Mara. Da hat sie irgendwie, glaube ich, die ältere Schwester von Alan Page gespielt, die irgendwie immer aussah, als sei sie ihre Mutter. Ganz komisch war das, ja. Ja, ich lese gerade auch, dass er bei Stranger Things sogar mitgemacht hat, anscheinend. Das kann sein, also ich muss sagen, ich mochte die eigentlich ganz gerne in dem Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Alien Convenant hat's auch mitgemacht? Krass. Genau. Ich hab The Killing geguckt, da hat sie auch mitgespielt. Okay. Also diese Lund-Serie, diese amerikanisierte Lund-Serie war das ja. Ah, wollt's schon sagen, jetzt irgendwie passt er das jetzt erst nicht ganz an mich. Ja, das ist, also das ist jetzt kein völlig unbekanntes Gesicht. Natürlich eher so ein bisschen aus der zweiten Reihe, aber auch, ja, wenn es jetzt an Stranger Things war, für, ich glaub, drei, vier Folgen seh ich jetzt hier gerade. Genau, nur zwei, drei, äh, drei, vier Folgen waren's, genau. Also ich mein, gut, da kann ich jetzt nix zusammen, weil bei Stranger Things bin ich nach Staffel 1 erstmal ausgestiegen. Äh, und hab bisher auch irgendwie nicht den Drang weiterzugucken. Wie trägt die denn den Film, oder die tragen ja beide zusammen wahrscheinlich den Film, ne? Genau, die, es sind eigentlich nur diese zwei Hauptstellen, man sieht klar am Anfang den Entführer, der sie entführt hat, aber ansonsten trägt der ganze Film eigentlich, oder die zwei Personen tragen den Film auf ihren Schultern. Und die machen das echt gut, also dadurch, er ist sehr ruhig, hab ich ja schon gesagt, dadurch, dass da halt kaum Dialoge sind, oder sehr wenig Dialoge, arbeiten die halt viel mit Mimik. Mit Gesichtsmimiken, und auch mit Gesten und so, oder auch Bewegungen in, 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 ich weiß gar nicht, ob ich das richtig erklären soll. Man, sie steigt aus, zum Beispiel, aus dem Auto, weil sie ein Gespür hat, dass sie jetzt da langlaufen muss, und dann, sie winkt ihn nicht, sie guckt nur an und macht irgendwie so eine leichte Bewegung, und er läuft mit. Mhm. Und das soll wahrscheinlich diese innerliche Verbindung darstellen, keine Ahnung, aber das kommt richtig gut zu. Also viel über, über Körpersprache, über Mimik, über Gestik. Körpersprache, genau, Mimik und so. Ähm, ja, kann, kann funktionieren, wenn die Schauspieler halt wirklich eine Chemie haben, ne? Da ist das... Und das haben die in dem Film, also man, das spürt man schon, dass die eine Chemie hatten. Also er ist dann, also Schenke Ruth spielt dann diesen Jeff? Den Jeff, genau. Genau. Ich dachte sogar, er ist Fan anderer Schauspieler jetzt irgendwie hier auf einem der Bilder, oder hab ich mich dann verguckt? Nee, ist tatsächlich nur... Ist er denn, also, aber sie, sie ist schon die Hauptfigur, oder? Sie ist die Hauptfigur. Gut, bei zwei, zwei Darstellern, Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller. Also die haben dann auch wirklich so den, den Löwenanteil in Screentime, denke ich mal. Genau, genau. Aber sie ist schon so der Punkt und die Geschichte, also der Mittelpunkt in der Geschichte. Redet sie schon mehr um sie als um ihn. Okay. Ich muss sagen, die eine Stunde 36, der Film dauert, die ging eigentlich relativ schnell rum. Also ich hatte jetzt keine Langeweile. Es hört sich zwar mächtig an mit dem Thema, was der Film hat, oder auch die Geschichte, was der Film hat. Auch durch diese Stille, was, was davon stattfindet hier. Ist er trotzdem sehr kurzweilig. Wie verhandelt der denn so das Thema Identität? Weil es geht ja ein Stück weit eigentlich so um Identitätsdiebstahl eigentlich so gesehen. Das ist ja in etwa so, als wenn jetzt jemand irgendwie, weiß ich nicht, sich deine Kreditkarte unter den Nagel reißt und irgendwie deine Identität annimmt oder sowas. Richtig. Wie findet das denn den Platz in dem Film? Also verlieren die vielleicht auch ein Stück weit durch diesen Parasiten stufenweise vielleicht auch so ihr selbst? Ja, ja, das tun sie. Es kommt eine Szene vor, wo sie bei dieser Bank sitzt, bei der sie angeblich ja, oder sie hat ja den Kredit aufgenommen, aber halt nicht in ihrem Bewusstsein. Und sie versucht ja, der Bank zu erklären, dass sie das nicht war. Und dann zeigt die Bank ja, hier, wir haben aber Aufnahmen von dem Eingang, wie sie durch die Kamera gelaufen sind. Das sind doch sie. Und das ist doch ihre Unterschrift. Und sie sagt dann noch, nee, nee, das ist nicht meine Unterschrift. Und dann kritzelt sie auf den Zettel ihre Unterschrift und sagt, das ist meine Unterschrift. Und er guckt so und sagt, it's the same. Okay. So, aber direkt weiter auf dieses Thema gehen sie dann gar nicht mehr ein. Es sind immer nur so diese Szenen, wo sie versucht, sich da rauszureden, dass sie das nicht war oder sie davon nichts wusste und so. Und dann wird es wieder kurz und knapp abgeschlagen. Ist ihre Unterschrift fertig. Also bleibt immer so ein bisschen innerhalb dieser Genresphären und schneidet so gewisse Themen am Rand eher an. Genau. So klingt es für mich nicht unbedingt reizlos, muss ich sagen. Wie gesagt, ich fand es sehr kurzweilig, ja. Markus, hast du noch was? Nee, ich habe tatsächlich nichts weiter. Oder bist du jetzt neugierig auf den Film? Durchsiebt mich. Ich bin heute euer Late-Night-Domian. Stellt mir Fragen. Nein, Spaß. Ja, und besonders bei einem verkappten Beziehungsdrama. Also für mich klingt das manchmal so tonal nach einem ziemlichen Chaos. Also auch was du jetzt gerade meintest, irgendwie diese Nummer mit dem Schwein, die passt für mich da irgendwie gar nicht rein. Das wirkt total drüber. Ja, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Weil dieser Arzt oder der Farmer, der dieses Schwein besitzt, warum, wenn der doch weiß, wie man diesen Parasiten entfernt, warum tötet er diesen Parasiten nicht einfach, sondern implantiert ihn dann noch in dieses Schwein? Habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Ich glaube, der ist neugierig, was passiert. Ja, es gibt zwar im späteren Verlauf von dem Film einen Grund, warum dieser Parasit weiterleben müsste, aber davon weiß der Farmer nichts. Aber wenn ich das jetzt noch weiter erläutern würde, würde ich ja spoilern. Ja, irgendwie hat es gerade jetzt so einen leichten Venom-Vibe gekriegt. Keine Ahnung. Man sieht diesen Parasiten auch nicht wirklich. Man sieht nur diese Computer-Animierung von dem Etwas, was unter ihrer Haut da entlang kriecht. Und am Anfang, bevor sie diesen Parasiten eingesetzt bekommt, sieht man eine Mate, wo ein bisschen grün funkelt, also so grün glitzert oder so grünlicher Schimmer hat. Und den kriegt sie oral verabreicht. Okay. Wo wir wieder bei Alien sind. Dem Loop-Budget dann geschuldet, dass sie den nicht so oft zeigen. Richtig. Aber da kann man ja auch durch dann auch aus der Not eine Tugend machen, sage ich mal dahingehend. Das klingt auch nicht uninteressant. Und werde ich mir wahrscheinlich sogar in Verbindung mit Primer, den ich schon ewig sehen wollte, werde ich mir den vielleicht auch noch geben, wenn die jetzt beide gerade auf Mubi gelandet sind und da auch noch ein bisschen bleiben. Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall lustig, wenn ich den mache. Weil dann hätte ich nämlich das Erstlingswerk und das Zweitlingswerk von Herrn Stein. Ja, passt doch. Ja, ansonsten, weiß nicht, also dem Primer, da werde ich dann aber auch noch mal den Rest der erlauchten Truppe hier anstoßen, dass der besprochen wird. Ja. Weil der hat einfach, glaube ich, auch echt ein gewisser, also ich könnte mir vorstellen, dass es sich lohnt, über den zu diskutieren. Also es gehen ja sehr die Meinungen auseinander. Mhm. Ähnlich wie auch jetzt wohl bei dem hier. Aber man merkt, glaube ich, schon, also der Primer hat ja schon so ein bisschen den Ruf vielleicht manchmal, der möchte, glaube ich, intelligenter erscheinen, als er ist. Und das könnte ich mir bei dem Upstream-Color vielleicht auch vorstellen, aber das macht es trotzdem interessant für mich, muss ich sagen. Ja, passt perfekt hier rein, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also, ich habe auch keinen weiteren Punkt mehr, wenn ihr auch keine Fragen mehr habt über diesen Film. Marco, hast du noch was? Nee, ich habe keine weitere Frage zu dem Film. Alles gut. Setzt du dir jetzt auch auf die Vormerkliste? Ja. Kommt gar nicht hinterher hier. Ja. So viel auf der Watchlist. Sowieso. Genau. Gut, dann Dom. Ja, dann schließe ich den Kreis. Ich darf zu Tisch bitten. Auch mit einem Drama, wird aber auch als Comedy gelistet und irgendwo dazwischen ist es so ein bisschen sein eigenes Genre. Den Film dürften viele auf der Liste haben oder sie haben ihn schon gesehen. Es ist einer der ganz großen Klassiker des Skandal-Kinos der 70er Jahre. Das große Fressen, ja. La Grande Buffet und der Name ist Programm. Das Ganze ist, ja, es ist ein legendärer Skandalfilm. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal von dem gehört? Gehört, ja. Ja, aber gesehen hatte ich wirklich nie. Ja, der ist ja auch irgendwie, hatte ich jetzt auch mitgekriegt, der ist nochmal irgendwie vor ein paar Jahren nochmal neu geprüft worden von der FSK. Der hatte tatsächlich mal 18. Ja. Das ist ja mittlerweile ab 16, äh, ja, kann man schon irgendwie, also ich muss sagen, also egal wie man zu dem steht, ich glaube, dass es interessant ist, sich den heute nochmal anzusehen, um halt festzumachen, wie sich so die Sehgewohnheiten geändert haben. Also was war halt damals obszön, was ist es heute auch noch und was würde heute eher so durchgewunken bei den derzeitigen Sehgewohnheiten, ne? Aber worum geht's hier eigentlich, fragt ihr euch doch wahrscheinlich, ne? Also, ja, der Name ist Impo-Programm, ne? Es ist angerichtet. Ja, worum geht's? Vier Freunde um die 50, darunter ein Richter, ein Flugzeugkapitän, ein Sexbesessener, ein Restaurantbesessener. Besitzer und ein Fernsehproduzent. Die haben alle so ihre Marotten und sie sind so ein bisschen ihres süßen Lebens überdrüssig und planen einen, ja, feierlichen, kollektiven Selbstmord. Im Klartext, die nisten sich ein in einem etwas abgelegenen Außenbezirk von Paris. Also das Ganze ist eine französisch-italienische Co-Produktion, wobei durchweg nur Französisch gesprochen wird. Ich hatte Französisch in der Schule und es war wirklich anstrengend, sich das anzuhören. Gott sei Dank gab's Untertitel. Ich wollte gerade sagen, mit Untertiteln. Ja, habt ihr mal Franzosen gehört, wenn die gerade Pariser, wenn die schnell sprechen, die sprechen, die sprechen, die sprechen einen Satz wie ein einziges großes Wort, wirklich. Wenn ich Franzosen spreche, verstehe ich mir noch... Ja, das Buffet ist angerichtet. Also man kann's jetzt umschreiben, wie man will. Es geht sowohl um kulinarische als auch fleischliche Freuden, mit denen sie aus dem Leben scheiden wollen. Also im Klartext, die wollen sich überfressen bis zum Selbstmord. Okay. Und dabei nochmal ordentlich, naja, die Sau rauslassen. Also man kann es sich so ein bisschen vorstellen, also eigentlich richten die sich so ein bisschen so ihr eigenes Las Vegas ein. Mitten im Nirgendwo, in einem sehr geräumigen Haus. Später kommen noch Prostituierte dazu, die aber irgendwann auch das Weite suchen. Und ja, davon handelt der Film. Okay. Aber jetzt die Frage. Ja. Also wo mir jetzt so gerade kommt, weil du gesagt hast, der war mal geschnitten, beziehungsweise kam dann nochmal irgendwann ungeschnitten zu uns? Nee, der wurde neu geprüft von FHR. Ach, neu geprüft, so war das. Geschnitten war der, glaube ich, hier noch nie. Aber der ist halt eine ultimative Skandalnudel. Also man muss halt bedenken, der Film ist aus den 70er Jahren. Mhm. Da waren natürlich, wie gesagt, noch einfach ganz andere Sehgewohnheiten. Und dafür ist der schon echt herbe. Und für heutige Verhältnisse ist der, ja, auch an einigen Stellen ganz schön obszön. Weil es geht nicht nur ums Fressen. In allen möglichen Schattierungen. Also da muss man halt so sagen, also es gibt, glaube ich, keine Szene, in der nicht gegessen wird. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht davon abhängig ist, wie man als Zuschauer Essen im Film wahrnimmt. Aber ich fand das alles durchweg abstoßend. Okay. Und das liegt vielleicht gar nicht mal daran, was es ist, sondern das sieht teilweise schon lecker aus. Aber dieses Übermaß. Also die haben da wirklich irgendwie Püree in einer riesigen Schale, die man wirklich mit zwei Händen die ganze Zeit durch die Gegend tragen muss. Und sie, naja, sie haben dann teilweise auch beim Essen dann wirklich auch Sex und so weiter. Im Essen, ich sehe nämlich gerade die Bilder. Ja, genau, das, ach Gott, herrliche Szenen. Und das ist, also der Film ist schon explizit. Ich würde den jetzt aber nicht in den pornografischen Bereich schieben wollen. Ah, okay. Du fragst dich allerdings schon die erste halbe Stunde, wann mal überhaupt so die Handlung losgeht. Weil da werden halt erst mal die Figuren vorgestellt. Und so nach einer halben Stunde hast du eigentlich verstanden, es gibt eigentlich keine Handlung. Okay, okay. Aber meine, eine Frage, warum wollen sie aber jetzt aus dem Leben drehen? Also warum wollen sie sich überfressen? Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt. Ja, das... Das ist mir jetzt gerade nicht so. Also... Weil so wie ich das auf den Bildern sehe, wirken die jetzt nicht gerade, als wären die arm, oder? Ja, das ist es ja gerade. Die wollen halt nochmal so richtig ihren, ihre... ihren Überfluss und ihre Annehmlichkeiten auskosten. Das wird an der Stelle gegen Ende besonders deutlich, wie eben einer aus dem Leben scheiden will. Da soll es ihm dann halt nochmal eine kräftig besorgen, damit er halt mit einem Höhepunkt aus dem Leben geht. Und ich muss zugehen, der Schauspieler erinnerte mich an der Stelle sehr an David Carradine, der ja tatsächlich so gestorben ist. Für alle, die es nicht wissen, David Carradine ist der Bill aus Kill Bill, der in einem Schrank... Ich glaube, der hat sich irgendwie selbst aufgehängt, als er irgendwie mit einer professionellen in einem Schrank Sex hatte oder sowas. Ich weiß jetzt auch nicht. Also würde auch sehr gut in diesem Film passen. Ja. Okay. Ja, was, 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 was wollte er noch wissen? Also was... Ich habe die Frage, wo mir jetzt noch raufkommt, ist, warum war der dann... Ab 18 waren das so explizite, makabre Bilder oder waren das Schlachtungsbilder oder, oder warum... Oder ist das einfach nur dieser Egel vor diesem Verfressen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Also der Film ist, der dürfte das sittliche Empfinden der Leute, glaube ich, schon verletzt haben. Und man muss natürlich bedenken, die Freigabe stammt auch von damals. Es gibt ja auch viele Horrorfilme, die dann irgendwie nochmal neu geprüft werden und wo man dann wirklich sagt, ja, komm, das ist eben ein bisschen zu hochgehängt. Also können wir sogar eigentlich die Brücke kurz für Amy Simons schlagen, weil das Original von Friedhof der Kuscheltiere, das war ja auch sehr lange, ab 18. Und das konnte ich ehrlich gesagt nie so wirklich nachvollziehen. Gut, aber das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel Tanz der Teufel, war damals beschlagnahmt, glaube ich. Und heutzutage, oder indiziert, genau. Und jetzt kriegt man es ab 16 zum Kaufen, also... Ja, es ist eben... Die Sehgewohnheiten verändern sich einfach, was damals als anstößig galt, hat sich heute so etabliert einfach. Wie gesagt, ich schaue mir ja gerade nebenbei so ein bisschen die Bilder an. Und ich muss schon sagen, für Anfang 70er, also ich sehe ja 1973, sind diese Klamotten, wo die Damen hier tragen, schon sehr gewagt. Ja, es sind halt Prostituierte. Ja, schon klar. Also, was noch hinzukommt, also es gibt diese drei Prostituierten und dann stolpert er so durch Zufall, weil sie da eigentlich irgendwie, glaube ich, eine Schulklasse betreut, stolpert eine etwas bollige Lehrerin in das ganze Treiben. Okay. Und wird dann auch richtig mitgerissen davon. Und ich muss sagen, ich hätte es interessanter gefunden, wenn man den Film aus ihrer Perspektive erzählt hätte, weil man merkt, die wird so richtig vereinnahmt von dieser Dekadenz und diesem Überfluss und dieser Maßlosigkeit. Also, man könnte das Ding auch Völlerei der Film nennen. Okay. Also, angenommen, es hätte es vorher nicht gegeben, ich könnte mir vorstellen, nach diesem Film könnte Völlerei als Todsünde gegolten haben, was aber schon vorher der Fall war. Na klar. Dazu muss man halt noch sagen, dass die Schauspieler schon so kleine Giganten des italienischen Kinos sind. Mhm. Also, das sind sehr, sehr Bekannte und es wird auch einer von denen liebt es vor allem eine Vito Corleone-Imitation zum Besten zu geben. Also, da gibt es eine Szene, da sieht er wirklich halt aus wie Marlon Brando. Ja, ja, den habe ich auch gerade gesehen hier. Ja, genau. Sehr gut gemacht eigentlich. Und das verweist natürlich auch so wieder auf dieses, ja, so, vielleicht auch so diese, diese gesellschaftlichen Sphären, aus denen sie stammen, ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, auch selbst heute noch irgendwie bei Gangster-Rappern in den USA wird ja auch gerne irgendwie Scarface zelebriert und so. Und hier ist es dann eben der Pate, ne? Mhm. Okay. Zu welcher Zeit spielt denn der, also, spielt der zur Gegenwart oder spielt der, weil ich sehe hier jetzt zum Beispiel das Haus, in dem das wohl ab, sich abspielt, der Film. Und das sieht schon alt-viktorianisch aus, dieses Haus. Ja, das ist so im Barock-Stil gehalten. Ja. Da hat auch, glaube ich, einer der Typen ne Vorliebe für. Um auch vielleicht noch mal zu der Frage zurückzukommen, warum sie das jetzt eigentlich machen. Also, es wird so psychologisch, wird mal irgendwie angerissen, aus welchen Gründen die halt ihren Leben überdrüstig sind. Aber wie gesagt, da wird halt irgendwie die erste halbe Stunde drauf verwendet. Aber du hast halt das Gefühl, also, du verfolgst das halt und es ist teilweise sehr zusammenhanglos, es springt sehr und du denkst dir jetzt halt, ist das jetzt relevant? Und irgendwann sagte der Film halt, ja, eigentlich ist das völlig egal, es geht eigentlich nur um den pure Exzess. Und, ja, wie gesagt, ich hätte das halt interessanter gefunden, wenn man es wirklich aus der Perspektive dieser Lehrerin erzählt hätte, die eben von dieser, diesem Lustspiel verschluckt wird, sozusagen. Okay. Also, einer der Typen macht ihr dann sogar zwischendurch einen Antrag an einer Stelle, wo sie halt alle wirklich völlig, also, teilweise hast du das Gefühl, die sind auf Drogen. Na, und, naja, irgendwann so auf der Hälfte fängt es dann halt so langsam an, dass sie, äh, naja, dann schwäche Anfälle kriegen und dann nicht mehr weiteressen können. Die Prostituierten suchen auch das Weite, äh, als sie dann anfangen zu kotzen und so weiter. Und dann geht es halt auch dann durchaus mit solchen Sachen los. Also, da gibt's dann wirklich Szenen, relativ am Ende stirbt dann halt einer, er sitzt am Klavier und spielt halt das Klavier, um halt seine Flatulenzen zu übertönen damit. Na, und das, das ist halt so bizarr oder es gibt halt dann eine Szene, wo dann einer aufs Klo geht und das ist dann so exzessiv, dass das Klo sozusagen explodiert und die Fäkalien, äh, sie im ganzen Raum verteilen. Und da ist man dann schon dankbar, dass es, äh, sowohl heute als auch in den frühen 70er Jahren kein Geruchsfernsehen gab. Ja, ja, okay. Mhm. Das ist dann verständlich. Ich seh' auch grad das Kinoposter oder Filmposter. Mhm. Und ich glaub, am Filmposter erkennt man genau das, was du jetzt grad uns erzählt hast. Sie sieht nämlich eine Frau, die halbnackt auf dem Rücken, auf dem Tisch liegt, bedeckt mit Essen. Ja. In der ihr steht ein Typ, der sie grad von hinten nimmt. Ja. Und nebendran stehen drei andere Typen, die mampfen. Ja, herrlich, herrlich. Also es, es, es wird, hab ich ja schon gesagt, es vergeht keine Szene eigentlich, in der nicht gegessen wird oder gevögelt wird eigentlich so ein bisschen. Okay. Also die, die machen dann auch halt den verschiedenen Damen ihre Auffahrt und wie gesagt, einer will dann eine wirklich heiraten und die, naja, äh, geht da mal so reihum, äh, längs, sag ich mal, ne. Und, äh, ja, es, man, man muss sagen, irgendwann hat man sich so als Zuschauer, Achtung, Pannen, Tendet, so ein bisschen überfressen an dem Ganzen. Okay. Weil so sehr es irgendwie auch, also, das, das Ganze hat durchaus auch eine sozialkritische Note, also eben halt so diese, diese Obrigkeit, die halt eigentlich nichts mehr zu befürchten hat und, und die halt auch irgendwie sich so, ja, sich so, so satt gefressen hat an ihrem Leben, frisst sich jetzt noch einmal satt und scheidet dann daraus, ne. Also halt so wirklich dieser, dieser Überfluss, diese Dekadenz. Dadurch kommt natürlich auch, dass das Ganze durchaus dann italienisch irgendwie angehaucht ist, also sprich spätrömische Dekadenz. Also ich glaube, es gibt auch irgendwelche Kinoplakate, wo das Ganze inszeniert wird, deshalb war ich auch eigentlich sehr erstaunt. Das Ganze wird dann irgendwie so inszeniert, als sei es eigentlich im alten Rom. Also wirklich so ein Gelage oder so eine Orgie, wirklich, ne. Und da war ich auch irgendwie falsch informiert, deshalb war ich einigermaßen verdottert, als der Film halt anfing und dann irgendwie im damaligen Italien spielt. Okay. Äh, 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 Paris, weil ich eigentlich dachte, das wäre sowas wie Caligula, ne, spätrömisch eben. Und, äh, aus der Zeit stammt der Film ja auch durchaus. Okay. Hier hab ich jetzt ein Bild, das ist schwarz-weiß. Der Film ist schon in Farbe, oder? Der ist in Farbe, ja, ja, klar. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Aufnahmen vom Set. Ja, wahrscheinlich. Ich hab ja auch, ja, es ist, also es gibt schon kontroverse Szenen, wo sie da irgendwie, weiß ich nicht, mit einem abgeschlagenen Kuhkopf irgendwie rumpossieren. Oder, äh, weiß ich nicht, da wird irgendwie onscreen, wird ein Huhn geköpft mit einem Schwert, das so, äh, mit einem Messer, das so lang ist wie ein Samurai-Schwert. Das Bild hab ich auch grad gesehen, ja. Es ist, es ist vieles, also du, du fragst dich halt jetzt, ob du das irgendwie alles abstoßend oder lustig finden sollst. Und schwangst einfach immer so zwischen, zwischen diesen Gemütszuständen. Aber ich, ich, ich muss sagen, also das, das Essen selber find ich halt wirklich durchweg abstoßend. Also auch wenn sie da irgendwie immer sagen, ha, das ist so lecker und hier, nimm mal davon und nimm mal davon. Nein, ich will nix mehr und fress weiter. Und dann denkt man sich so, ja. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen von der Thematik her an der Schacht. Äh, könnte vielleicht sogar daran inspiriert sein, der Schacht. Keine Ahnung. Weil da ist es ja auch irgendwas mit üppigem Essen und so. Und aber da geht es ja eher um diese verschiedenen Stufen. Ja, aber da ist ja auch durchaus eine sozialkritische Note drin. Genau. Also ähnlich, ähnlich wie hier, nur hier ist es halt. Also es ist, man kann es runterbrechen, es ist der pure Exzess. Mhm. Ohne jetzt aber völlig abzudrehen inszenatorisch. Das, das ist eigentlich so seltsam. Der ist eigentlich relativ ruhig erzählt, dieser Film. Okay. Also obwohl halt total abgedrehte Scheiße die ganze Zeit passiert, wortwörtlich Scheiße dann irgendwann auch, ist das eigentlich alles recht gediegen erzählt. Man muss natürlich auch bedenken, das sind so Männer um die 50. Ne, die sind jetzt halt auch nicht mehr so agil und wollen dann zwar nochmal ordentlich einen, äh, durchballern, sag ich mal. Und es gibt halt wirklich schräge Szenen. Also eine der letzten Szenen ist halt wirklich wie dann eine, dem einzigen Überlebenden dann so eine riesige Torte serviert, die halt aussieht wie zwei Brüste. Okay. Das, das fasst eigentlich den ganzen Film so ein bisschen zusammen, beziehungsweise da sind halt die beiden Haupttriebfedern auf, auf einem Punkt. Aber man, man kann sich das schon ansehen und man kann irgendwie auch eine bizarre Faszination dafür entwickeln. Ich finde aber nicht, dass die ganze Prämisse, äh, zwei Stunden Spielzeit trägt. Okay. So wie ich, wenn ich das jetzt höre, wie du das hier alles uns rüberbringst, frage ich mich, wie, wie die das damals durchgewunken haben oder durchgekriegt haben bei der Produktionsfirma. Ja, wir machen doch mal großes Essen, da sieht man ein bisschen, äh, hier paar nackte Mädels auf dem Tisch rumliegen. Ja, das, du musst halt das auch wieder in den, in den zeitlichen Kontext einordnen und das ist eben auch das, also im französischen Kino ist ja Nacktheit nichts Anstößiges tatsächlich. Also mal als Beispiel, die sämtliche Fifty Shades of Grey Teile sind da ab zwölf freigegeben, zum Beispiel. Und die sind ja, also die sind jetzt nicht über die Maßen explizit, das ist eigentlich eher, ja, weiß ich nicht, Edelsoftporno, keine Ahnung. Äh, nicht angucken. Aber, ja, es ist, es, weiß ich nicht, es kommt da natürlich auch, denke ich mal, so die, also da fließen so ein bisschen die Einflüsse des italienischen und des französischen Kinos einfach ineinander. Also in den USA wäre sowas niemals möglich gewesen und der Film ist ja auch wirklich kontrovers aufgenommen worden. Also es ist, es ist ein legendärer Skandalfilm, kann man einfach sagen. Also mal als Beispiel der legendäre Kritikerpaus Roger Ebert von den Chicago Sun Times, also so der, der Filmkritiker Amerikas, hat in dem Film damals eigentlich nichts erkannt. Er hat den einfach nur als dekadent und zynisch und obszön wahrgenommen. Und ein anderer hat den zum Beispiel auch mit die 120 Tage von Sodom verglichen, von 1975, der ja eine ähnliche Skandalnudel ist. Nugel in dem Fall. Und ja, es ist, also der Film ist schon auch auf Konfrontation aus, es stecken aber durchaus auch einige Sachen zwischen den Zeilen, so was bei der Interaktion der Figuren ist. Also beispielsweise halt derjenige, der halt dann unter wirklich chronischen Flatulenzen dann irgendwann leidet, der ist halt sehr, sehr streng erzogen worden, beispielsweise. Und das ist dann vielleicht auch irgendwie so ein Ausbrechen, vielleicht auch so aus der gesellschaftlichen Konvention, die ihm als Kind auferlegt wurde und die er jetzt so sein ganzes Leben durchexerziert hat. Also es hat auch manchmal fast so ein bisschen, so hatte ich ja schon mal anklingen lassen, es hat so ein bisschen so ein Vegas-Vibe. Eigentlich ist es so eine sehr obszöne Variante von Hangover eigentlich, so ein bisschen. Oh, okay. Nur mit alten Säcken, also eigentlich so ein bisschen Last Vegas in den 70ern. Äh, ja, nur ohne Vegas. Okay. Ich hab grad noch gelesen, dass der sogar ein paar Auszeichnungen abgeräumt hat. Äh, ja. Gewand die goldene Leinwand. Genau. Außerdem den internationalen Filmfestspiel von Cannes 1973. Mhm. Ja, französischer Filmpreis halt, ne. Ja, klar. Und dann noch Fibreschi-Preis der Fédération Internationale de la Presse Cinematographie. Genau. Und die goldene Palme. Ja, warum nicht? Das war's doch. Ja, es, also, ich kann mir vorstellen, dass der in Cannes damals für ziemliche Stürme gesorgt haben dürfte. Aber so einen Film gibt's ja jedes Jahr in Cannes. Ja. Wo wir dann wieder auch beim Stichwort Lars von Trier wären, ne, interessanterweise. Also, ich weiß nicht, hab ich euch den Film jetzt, Achtung, schmackhaft gemacht? Oh, mich, also, ich weiß nicht. Ich ess gern und ich möchte mir das nicht zerstören. Frage, wer funktioniert der Film denn heute noch so? Also, auch als Skandalfilm oder hat man doch schon vieles einfach gesehen halt, ne? Ich würd sagen, teils, teils. Also, gewisse Sachen, insbesondere was Fäkalien und Flatulenzen angeht, das ist schon, ist schon anstößig auch heute noch. Und wie gesagt, es kann gewisse Leute nach wie vor in ihrem sittlichen Empfinden irgendwie verunsichern und verletzen. Besonders, weil man halt bedenken muss, das sind halt auch jetzt, wie gesagt, das sind Männer in ihren besten Jahren. Die sind nicht so wahnsinnig ästhetisch und, ja, gut, die Prostituierten gehen noch, aber beispielsweise halt diese Lehrerin, die halt in dem ganzen Treiben so im Zentrum dann irgendwann ist, die ist jetzt nicht unbedingt so das Ideal von schönen Frauen. Und dass gewisse Sachen, also, man muss halt bedenken, hier in Deutschland dürfte der halt, weiß nicht, also in den 70ern, da war halt irgendwie hier Uschi Obermeier und sowas. Und da dürfte das noch als sehr, sehr obszön gegolten haben. Heute in Teilen tatsächlich. Also, ich finde, man kann schon nachvollziehen, was daran skandalös war und vielleicht auch heute immer noch ist. Hm. Okay. Ja. Also, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Also, das Ding, das muss man schon irgendwie gesehen haben, finde ich. Ja. Auch wenn ich mir ihn nicht nochmal ansehen werde, weil ich den teilweise auch echt langatmig fand. Kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir den in der Videothek damals nicht hatten, aber öfters danach gefragt worden ist. Ja. Und ich damit nie was anfangen konnte, bis jetzt. Jetzt weiß ich, um was es geht. Ja, ich weiß auch noch, irgendein Freund von mir hat mal über den gesprochen. Da waren wir aber, glaube ich, beide 15 oder so und da hatte der den gesehen. Oh. Keine Ahnung, ich glaube, der war auch ein bisschen jünger als ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, das lasse ich einfach mal jetzt unkommentiert im Raum stehen. Es ist aber auch, also, man merkt dem Ganzen auch schon so ein bisschen so eine satirische Freude auch so, sage ich mal, am Chaos an. Das macht den Film vielleicht auch so, also, der hat durchaus so eine gewisse anarchistische Note. Und dadurch wird das dann auch halt wieder aufgebrochen, dass wir eben halt hier Leute haben, naja, aus halt wirklich sehr seriösen beruflichen Schichten und Positionen einfach, na. Ja, die halt hier auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen. Also, wer sich den angucken möchte, also, euch habe ich jetzt, glaube ich, nicht so Lust drauf gemacht. Nee, ist ja auch nicht eins, nein. Also, ja, es ist, der ist, bis zu einem gewissen Punkt hat der sogar irgendwo was. Aber man muss sich halt drauf einlassen und man muss sich auch leider durch die erste halbe Stunde quälen, die eigentlich völlig egal ist. Okay. Meines Erachtens. Vielleicht habe ich da auch bei den tausend Untertiteln und dem ganzen Französisch auch so ein bisschen was überhörterweise. Ich weiß es nicht, also, ich bin eigentlich ein relativ aufmerksamer Zuschauer, aber, ja, also, also für Leute, die, die gerne Essen im Film sehen, für die ist das vielleicht am Anfang was, aber das wird dann irgendwann auf einen Punkt getrieben, wo man es, glaube ich, einfach nur noch abstoßen findet. Und ich muss auch sagen, dass ich es durch diese wirklich monströsen Portionen überwiegend abstoßen fand. Okay. Ja, Marco, hast du noch irgendwie eine Frage? Fällt dir irgendwas gerade ein? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin auch gerade sprachlos, fraglos. Ihr müsst euch, müsst euch das Ganze vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, habt ihr, ihr kennt doch Asterix, der Obertrom bestimmt, oder? Ja, klar. Ja, da gibt es ja diese Szene mit dem, mit dem Koch, der Obelix immer mehr auftischt. Kamel auf, weiß ich, ja, ja, ich weiß, was du meinst, wo der Koch immer reinkommt und vorstellt hier das Essen. Genau. Ja, und in die Richtung geht das so ein bisschen. Nur mit ein bisschen mehr Bums. Ja. Genau. Das war es dann auch von mir. Ich glaube, eine Wertung spare ich mir eigentlich sogar, weil ich irgendwie noch gar keine rausgeben kann. Oh, gut, okay. Aber das Ding ist in manchen Szenen halt irgendwie leider geil, sagen wir es mal so. Okay, leider geil. Ach ja. Keine Werbung auf der Turnier, ja. Nein, nein. Das ist mittlerweile geil ist geil, oder? Geil ist geil, keine Ahnung, egal. Nee, äh. Geil ist geil, dann gibt es ja von Deichkind, leider geil. Leider geil ist Tele 5, wo der Film sich wahrscheinlich auch schon mal irgendwann hin verirrt haben wird, ne? Ja. Ja. Haben wir ein bunt geschnürtes Päckchen hier, ne? Ja, ja, ja. Er ist Oslo, so richtig schön untersaturiert, upstream color, wortwörtlich irgendwo dazwischen. Ja, drogenabhängige Schweine. Genau, drogenabhängige Schweine, die dann schon so ein bisschen zu meinem Ding führen. Wobei, es ist die Frage, würde das heute noch mit Essen inszeniert? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass man das Ganze auch als richtig schönen Drogentrip verkaufen könnte. Ja. Ne, einfach über Dosis. Richtig. Äh, gerne mal ein Remake. Äh, vielleicht irgendwie mit Aaron Paul und Konsorten aus Breaking Bad in den Hauptrollen. Und dann das große Fressen-Snyder-Cut. Ja, der, der kommt so oder so, genau. Der, äh, ja. Ja, also wer ihn sich ansehen möchte auf eigene Gefahr, wer sich so ein bisschen erwärmen kann für Skandal-Kino, für den ist das vielleicht was, wenn auch wirklich nur, es ist, es ist eine Einweg-Portion, würde ich sagen, für den Cineasten. Okay. Gut, sind wir durch, Jungs? Jo, würde ich sagen. Dann, weil es ein bisschen lang. Ja, okay. Es gab halt schon, schon viele Aspekte an dem, ne? Ja, ich habe mir jetzt aber, glaube ich, nicht nacherzählt, soweit ich weiß. Ja. Wie gesagt, dann bedanke ich mich bei euch, Dom und Marco. Gerne. Gerne. Für diese schöne Stunde, wo wir jetzt besprochen haben. Ja. Und euch da draußen, die zuhorchen, bitte viele Likes da lassen, auf YouTube zum Beispiel oder beim tele-stammtisch.de, könnt ihr auch gerne reinklicken. Genau. Wo sind wir noch überall zu hören? Äh, vor allem gerne eine Bewertung dalassen bei Apple Podcasts, das ist ganz wichtig, jemals iTunes, da könnt ihr uns gerne bewerten, den Tele-Stammtisch auch vielleicht teilen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Ansonsten, ja, wird sicherlich die nächste Mupi-Folge kommen, da werde ich mich dann aber wahrscheinlich erstmal zurückziehen. Ich, äh, bin noch, äh, gesättigt. Der musste kommen. Und, äh, bevor ich jetzt noch mehr, äh, solcher schlechten Witze aneinanderreihe, würde ich sagen, kommen wir zum Ende, ne? Genau, verabschieden wir uns in diesem Sinne. Schönen Abend noch oder schönen guten Tag. Ja. Tschüss. Prost Mahlzeit. Ciao. Tschüss. Tschüss.